Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es noch mehr Ärzte gibt, die nicht damit einverstanden sind und dass es viele Ärzte gibt, die seit langem darauf warten, dass endlich mal eine wirklich wissenschaftliche Begründung für diese ganzen Maßnahmen auf den Tisch kommt. Und das ist leider nicht der Fall bisher. Die Bundesregierung lehnt jeden Dialog mit Kritikern ab. Es ist unglaublich. Ich habe einige Kollegen gefragt, die diese Maßnahmen für gut heißen, was denn der PCR-Test ist, was die sich unter dem PCR-Test vorstellen, wie funktioniert der überhaupt? Die wussten das nicht. Die konnten das nicht beantworten. Unglaublich. Ich kann wirklich nur alle Kollegen dazu aufrufen, sich wirklich mal eingehend damit zu befassen, auch die kritischen Stimmen anzuhören und sich dann ihr Bild zu machen und nicht einfach das Futter, das man ihnen zum Fraß vorwirft, zu fressen und dann den anderen Leuten nach dem Mund zu reden. Mein Name ist Pierre Mubayi und ich bin Augenarzt. Mein Name ist Klaus Brecken. Ich bin Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich stehe hier in Leipzig für die Menschheitsfamilie, insbesondere für die Schwachen in unserer Gesellschaft, unsere alten Mitmenschen und unsere Kinder. Ich stehe hier in Verbundenheit zu meiner Berufsordnung, zu der Genfer Deklaration und verpflichtet dem Patientengesetz, welches verankert ist im bürgerlichen Gesetzbuch. Ich sehe meinen Beruf in großer Gefahr, weil wir vom Staat gezwungen werden, Handlungen, Maßnahmen zu ergreifen, die nichts mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis zu tun haben. Der Staat hat sich um Gerechtigkeit zu kümmern, Ärzte haben sich um die Patienten zu kümmern und wenn wir gezwungen werden, Verordnungen durchzusetzen, dann stellt sich etwas zwischen uns und den Patienten. Zu mir kommen viele Patienten jetzt, die nie bei mir waren, aber die entsetzt sind über ihre Ärzte, die plötzlich mutiert sind von Ärzten zu Richtern, die jetzt nicht mehr das Wohl ihres Patienten im Auge haben, sondern Verordnungen haben. Und das ist eine Rekostrophe. Ein Facharzt für Allgemeinmedizin, Thomas Külken. Letztendlich wird der Kampf im Körper über das Immunsystem entschieden und daran sollten wir arbeiten und denken. Alleine die Tatsache, dass im April, Mai 90 Prozent aller geplanten Operationen nicht stattgefunden haben hier in Deutschland, dass wir das mit unserem beruflichen Ethos nicht vereinbaren können. Und wir sind auch hier, weil wir zeigen möchten, dass es nicht nur ein, zwei, drei, vier Ärzte, die so in der Öffentlichkeit sehr präsent sind, sondern es gibt unheimlich viele Ärzte, die genauso denken, sind bloß noch nicht an die Öffentlichkeit betreten, nicht zuletzt, weil sie mittlerweile auch Angst haben. Und dieses Klima der Angst ist auch ein ganz, ganz übler Beigeschmack. Ich meine, wenn unsere Bundesregierung oder wenn Einzelne aus der Regierung dazu aufrufen, dass Ärzte die kritische Meinung äußern, in der, ja, dass die, dass die von, aus der Bevölkerung heraus irgendwo angeschwert werden sollen, angezeigt werden sollen. Solche Maßnahmen kennt man eigentlich von totalitären Regimes und nicht von irgendeiner Demokratie. Und ich frage mich, was die Politiker sich dabei denken. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir schreiben eure E-Mail auf, Name, Postleitzahl, Fachrichtung, dann schreiben wir ihren Namen unter diesen offenen Brief an die Kanzlerin. Und er soll übermorgen am Montag, den 9.11. abgeschickt werden. Die Zeit drängt, unterschrieben von Hunderten von Ärzten. Danke. Danke.